Heyho und herzlich willkommen hier zurück zu SimCity Community. Neue Woche, neues Glück und wieder dabei natürlich die Shihiro. Ja natürlich, hallo. Und der Mark. Ja, muss ja sein, ne? Mark ist gerade ganz vertieft in seiner Einnahmen. Und die Stürze ist, dass ich diesen Bug wieder habe. Welchen Bug? Ich kann die Spielzentrale nicht bauen, obwohl ich beide Sachen erfüllt habe. Also ich habe eine Spielzentrale. Reicht das nicht für die Region? Meine Wahl dürfte ich nicht überhaupt nicht machen können, aber das funktioniert nicht. Da steht nicht genehmigt. Oh, das rentiert sich ja gar nicht hier. So, Kohle erforderlich. Was brauchst du denn? Achso, he he. Deswegen, ein Kohlekraftwerk hat keine Kohle mehr. Mein Industriegebiet ist schwarz. Das ist alles schwarz. Alles dunkel. Deswegen Verschmutzung, oder? Bootverschmutzung, Luftverschmutzung. Warte mal, Luftverschmutzung hält sich in Grenzen. Luftverschmutzung ist stark bei mir. Die geht auch schon, sie geht ja auch noch so. Sieht ja vackrum aus hier. Meine Keime sind auf. Strahlungsmäßig habe ich gar nicht. Oh doch, du hast dein Atomkraftwerk oder nicht? Ich habe kein Atomkraftwerk. Dings, hier in Yorkshire steht eins. Wo steht eins? Hier von Christian in Yorkshire. Na, guck ich mal. Da müsste eins drin stehen. So. Du solltest da am besten keine Schlicht ausgebildeten Leute drin haben. Dann sag ich, dass er dann ein Verstrahl das Gip macht. Ich weiß, dass... Boah. Schön, wo halt mein Kohlebergwerk und so ist. Ist schön so ein brauner Fleck Bodenverschmutzung. Und wo mein Erzbergwerk ist, auch so ein kleiner brauner Verschmutzungsfleck. Hat der überhaupt Strom mit seiner Stadt? Na? Hat der überhaupt schon mit seiner Stadt gekürzt in die einen? Also Motorkraft ist diesmal nicht so. Er müsste ein AKW da haben. Warte mal. Hier ist was Strom? Also das Autostrom. War doch da, habe ich gefunden. Es ist gefunden. Okay. Mal gucken, wo ich an die Bildung bin. Juhu. Irgendwie muss ich doch hier... Wachsam mal an den Strom wieder gemacht. Wachsam gemacht. Wachsam gemacht mit dem Washington Monument. Ja. Ich habe das Ding auch stehen. Bei mir am Wasser. Ich nicht. Luftanküll. Weg damit. Was, Alter? Das Stadion kackt ja richtig rein. Jetzt mache ich mal Legends of Rock. Läuft auf Batterie. Hm. Ah, das, das braucht, das braucht, äh, Dings. Control Net. Nee, das kann ich nicht bauen. Sonst müsste ich ja Dings ihr Control Net klauen. Dings. 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 Wird Dixi gesagt? Dings. Ich habe Dixi verstanden. Verkauf aber auch kein Control Net. Dings, Bums. Hä? Meint mich. Dings. So. Hier war doch irgendwo Muska gewesen oder nicht. Stimmt, die Chirurgen. Rien ist Tauer. Oh, da will ich das Taube witzig. Was habe ich denn da? Was habe ich da? Stimmt, die Medizin. Rien ist Tauer. Also, ich könnte die Chirurgenakademie, äh, erforschen. Also, das Chirurgiezentrum. Da machst du was für das Krankenhaus. Mhm. Hm, das Brandenburger Tor. Erreichen Sie 10 Millionen Guthaben in Ihrer Stadt Kassel. Warum nicht, ne? Äh, was habe ich mit dem Scheiß? Bauen wir mal den nächsten Megaturm. Da habe ich... Ich fange an mit den großen gebauten Bezieher. Empire State Building, wo kommst du hin? Hm. Ich, setz dich. Mal... Warum? Lass dich irgendwo hinsetzen. Habt da Platz. Vom Industrialgebiet, da dürft ihr wohnen drinnen. Im Hotel. Dann, den Chirurgenturm von Pizza. Lieferturm von Pizza, äh. Ist ein Pizza-Turm. So. Ah, ich mach wieder plus die Stunde. Yes. Okay. 50 Mal. Dann kommt das da noch hin. Ich bräuchte irgendwas. Windmühle. Windmühle. Holländische Windmühle. Was will ich denn damit? Was will ich denn hier? Kölner Dom. Okay. Jetzt... Mach ich's auf radikale Weise. Mit ein bisschen Geld. Sieht ja mal cool aus hier. Jetzt mach ich es ein bisschen radikaler. Äh. Wo hab ich denn hier genug Platz dafür? Für... Ähm... Bastian. Der Big Ben oder was? Nö. Geh mit mir selber. Nö, nö. Da passt das nicht hin. Ah. Toll, da ist meine Grundschule, die will ich jetzt gerade mal nicht abreißen. Ja, warum denn nicht? Okay. Mach mal was. Was hat er hier wieder? Was kriegt die Bereitschaft? Wie kommt er jetzt hin? Allgemeine Hochschule läuft noch. Ach der Scheiße. Wie viel ver... Aktuell... Ach du Scheiße. Komm hier, weg damit. Oh, meine Stutt ist ja mal los. Eieieiei. Das ist alles dunkel. Kreuzfahrt-Anlegerplatz, warum nicht? So. Dann mach ich mal für den Kassimus. Jetzt ein Tausend. Wie viel sind hier drin? Sechst tausend. Leute, das Stadion muss sich noch füllen. Okay. Jetzt habe ich meine Stromversorgung geändert. Windkraft ist nicht mehr gegeben. Was bist du jetzt umgestiegen? Auf drei verschiedene Stromarten. Einmal Sonnenlicht. Einmal Kohle. Und einmal AKW. Alter, aber wir fängt es an zu lecken. Hä? Wir fängt es an zu lecken in der Stadt. Boah, hier ist ein Kreuzfahrtschiff? Ich habe es verpasst. Nein. Bildungsniveau... Bildungsniveau der Arbeiter? Sicher. Ich habe es nicht viel offen. Es ist doch gut gegeben. Habe ich nie an den Schiffen. Schließen. So. Wie viel bringt der dir hier... Obwohl das Kohlekraftwerk kann ich eigentlich auch stilllegen. So. Alter, Ufu, bockt hier neue Häuser um Zeit wieder verhörsen zu können. Die Stadt ist irgendwie langweilig. Ich denke, ich gebe mein Geld lieber zu Hause aus. Ja. Meine Stadt denkt nur an sich selber. Sollen sie in meine Stadt kommen. Hier ist voll viel los. Okay. 123 Einwohner. Abmarsch. Ey. Ich muss schon alle abschieben. Aktuell Zeugnisse sind ja auch nett. Schieb meine Einwohner zu dir ab, okay? Das ist auch nett. Ja, schick die mal alle her. Ich kann ein paar Leute gebrauchen. So. 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 Ah, was ist denn jetzt schon wieder Lager voll? Hä? Was ist denn da voll? Die Weltall ist voll. Mensch. So, was haben wir denn hier schönes? Weg damit. Weg damit. Weg damit. Warum habe ich denn so viele Verkehr? So viele Verkehr. Aber so viele Verkehr. Mein Industriegebiet ist im Minusbereich. Warum haben die denn keinen Zugang zum Unterricht? Gott. Mein Industriegebiet ist am Beinen. Wir wollen Abnehmer, an die wir liefern können. Ich weiß das komplett gleich ab. Ich habe keine Lust mehr. Ich habe doch hier. Hm. Da könnt ihr mich jemand anders anschnautzen. Boah, krass, ey. So, exportieren. So, weil zu wenig Beschwulung ist. Industriegebiet liegt bei wie viel Prozent gibt es überhaupt. Auf jeden Fall im orangenen Bereich. Auf jeden Fall. Ein bisschen schwul. Busse benutzen wären auch schön. Das wäre gut, wie gut. Oh nein, ein bisschen anerkrankt. Stirb. So. Hallo, das ist der Apartmentalchen. Wir haben keinen Bock mehr. Also, ausschalten. Stopp, stopp, stopp. Ähm. Okay. Oh, die Spielhalle, die ich gemacht habe, macht pro Tag 23.000. Ja, bei mir machen sie, ähm. Ja, 23.000. Macht der Plus pro Stunde. Pro Tag. Ja. 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 Einnahmen. Wir haben gestern 48.000 gemacht. Das ist die Anlage. Ja. Das ist die Anlage. Das ist die Anlage. Das ist die Anlage. Das ist die Anlage. Boah, meine machen Verlust. Oh. Und das denn. wohnen. Ma, 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 ma. Ja, ich sammle gerade einen Runa. Warum Megaturm? Nicht dabei. Aber kein Geld, ne? Aber kein Geld, ne? Bürgermeister Villa. Aber du hast kein Geld, oder? Doch Geld habe ich. Ich jetzt ja ganz gut zusammen. ich glaube ich habe gerade eine tourismstadt aus meiner gemacht plus 20.000 jetzt wird es aber langsam albern das bin ich da beim minusbereich so jetzt sollte ich aber hier genug wasser haben ein überschuss von 454,4 ich baue ich das casino ab und nehme meine einnahmen aus den stadien und dem messegeländer bei mir halten zu viele züge ich mag züge bei mir halten zu viele massagiere gestern pro tag 4.120 kann der grum ich bin zuge ausgeliefert worden warte mal naturwissenschaftliche naturwissenschaftliche uni wäre da geil ich muss glaube ich mal die station hier abbreiten naturwissenschaftliche uni n aparte und da kann ich denke ich gebe euch da kann ich mit dem nicht mehr auch eindeutig mehr zins die unterrichtet werden ja ich habe ich hier hin da habe ich plastik ok ich habe nur plastik nein das gott da nehmen wir bisschen was weg da muss man nach und da hin dann sollte da langsam auch was bauen und gebaut werden neue protestoren wird nicht gebraucht brände außer kontrolle mehr um elf mehr um elf ist halt auch geil oh ich habe ein müllproblem ich habe es nicht mehr warum wächst auf meinen müllfeldern bäume warum wachsen da bäume niedrige grundstückspreise werde ich auch mal bäume wachsen weil mir wachsen bäume auf den müllfeldern was ist das nicht sein dass müllbäume wir doch keine luftverschmutzung betreiben äh wahrscheinlich ich mache schon durch die schmutzung mit dem hier verbrennen mit dem mit dem verbrennen mit dem verbrennen mit dem verbrennen kann ich das eigentlich abreißen hier schnell wenn ich hier noch zwei nebeneinander 30.000 jetzt reicht es mir aber langsam schauen sie von ihrem penthouse appartement im ersten luxus hoch aus der stadt aus der welt hin aus der welt hinaus ist klar ja ich immer wieder mit meinem guten deutsch lesen ja läuft event läuft dann läuft ja möchte wer vielleicht mal eine stadt haben die nervt mich denn nicht gerade zu tierisch nö was ist denn los in deiner stadt industriegebiet wenn ich mit das will nicht arbeiten hast du hast du irgendeine meldung erst mal physik und krank also bei mir wird das schon jetzt ist industriegebiet zufriedenheit gelb okay wir haben keine abnehmer hast du verbindung zu den abnehmern geht also gewerbegebiet habe ich aber ich habe nicht viel ja dann solltest du vielleicht ein bisschen mehr gewerbegebiet bauen ja die haben aber nicht mehr arbeiter das verstehe ich schon nicht einmal ja dann solltest du mehr wohngebiete ich habe noch mehr für mich die mitarbeitern da das liegt in dem scheiß staub an mir ich habe über den stau über überstehen gelbe taxis rum hast du straßen mit hoher dichte oder ja ok denke ich doch mal ja kannst du ja sehen ja hab ich ja dann läuft oder eher gesagt nicht das machen schön gewinnen albern ein bus netz auch noch und leute hallo ich brauche hier unten mal wohlstoffe ich weiß die kreise gleich da oben ab da könnte er durch das wohngebiet sausen so ich glaube das war ein klitzekleiner fehler so viel ähm die casinos aufzubauen ich habe mir auch schon auf der straße schön mal meine stadt hier verbessern ich kann irgendwas anbauen glaube ich zu kaufen bauen wir doch erstmal einen boden und wir bauen erstmal einen pause knopf ich muss noch schnell meine veranstaltung planen so busbahnhof ich habe jetzt schon mal auf pause gedrückt boah das mache ich auch mal denn wir sind wieder bei 20 minuten und ich würde sagen das war es für diese folge ich hoffe es hat euch gefallen ich hoffe ihr schaltet auch in der nächsten folge wieder ein wenn es denn weiter geht und wir hier weiter bauen also tschüss tschau euer Levos bedanke mich natürlich auch bei meinen Zuschauern wie immer und damit tschau und bis zum nächsten Part bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal